Hier ist ein Stück Geschichte meines Lebens. Eine der wichtigsten Sachen meines Lebens, die ich jemals hatte. Also, dieser Ordner ist original von damals, 2012, aus dem Knast. Ich habe damals alle meine Texte geschrieben und hier geordnet. Alle Texte hier sind original aus der Knastzeit und ihr kennt viele Texte, die später dann zu meinen Hits oder sehr erfolgreichen Songs geworden sind. Fangen wir direkt hiermit an. Das ist der Originaltext von Bitter. Ich glaube, ich habe das noch nie erzählt, aber ich habe Bitter an einem Stück geschrieben. Nachts. Dieses Leben schmeckt so bitter. Meine Jungs sind hinter Gittern, Frauen, Männer sind am Zittern, haben Angst vor dem Gewitter. Yallah, verpiss dich, du Pisser. Bis zum Ende. Reden von Muttenficken, redet von Mutterficken, aber ist ein Fixer, Lucky Star, du und dann sicher. Guck mal hier. Dieser Text ist zum Beispiel nie rausgekommen. Den habe ich damals nur als Handyvideo gehabt. Das ist... ... ... Das war dann der zweite Part, der dritte Part, glaube ich, auf dem Song. Auf dem Beat von mir. ... ... ... ... ... Das ist jetzt hier, die Habibie ich habe.